morgen leute willkommen zurück bei wheels heute mit dem ford ranger von 88 viel spaß so leute willkommen zurück bei wheels ich bin noch nicht ganz fit aber ich stehe wieder vor der kamera was noch nicht großartig sagen ihr kennt das auto schon aus dem geilen videodreh mit hoppe trotzdem hier noch ein paar details zum wagen so wie eben schon gesagt ford ranger baujahr 88 5 liter v8 um die 350 ps und wie der ford ranger klingt das zeige ich euch jetzt weil drag race werde ich mit dem ford ranger nicht machen das hat überhaupt gar keinen sinn weil der kleine kriegt seine brutale kraft überhaupt nicht auf die straße also viel spaß beim sound so leute das war es diese woche von wheels kurze knappe sendung aber ich wollte euch den ranger auch so noch mal vorstellen natürlich ist das video vom hoppe nicht zu toppen aber ich hoffe ihr hattet spaß dabei lasst mir ein abo da aktiviert die glocke damit ihr nichts verpasst und wir sehen uns im nächsten video bis dahin haut rein und nicht vergessen hier auch gucken alles klar